Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Auch am Mittwoch bleibt uns diese frühlingshafte Wetterlage erhalten. Bei Tageshöchstwerten um die 19 Grad scheint den ganzen Tag über die Sonne. Nach einer Nacht mit Werten um die 9 Grad dürfen wir uns auch am Donnerstag auf einen freundlichen Frühlingstag freuen. Die Temperaturen bewegen sich dann um die 20 Grad und die Sonne strahlt den ganzen Tag über vom Westsachsenhimmel. Ab Freitag gibt es dann eine leichte Wetteränderung. Das Thermometer klettert dann nur noch bis auf 11 Grad. Mit einem Sonne-Wolken-Mix starten wir in den Tag. Im weiteren Verlauf des Tages ziehen dann dicke Wolken ins Sendegebiet, aus denen es immer wieder regnen kann. Auch mit dem Start ins Wochenende bleibt uns diese durchwachsene Wetterlage erhalten. Am Samstag liegen die Tageshöchstwerte dann nur noch bei um die 5 Grad. Der Westsachsenhimmel zeigt sich zugezogen. Immer wieder müssen wir mit Regenschauern rechnen.